Ich bin sehr beeindruckt von dieser schönen Brücke, die ersetzt die alte Eisenbahnbrücke würdig, sag ich. Ich finde die Brücke richtig geil, futuristisch, nagelneich, kann man lassen. Super, die ist ein Wahnsinn, toll, einfach spitze, die schaut hier gut aus und vor allem die Lampen, oder die Lähtlampen, die sind ein Hammer. Die Lähtlampen 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020